Spaß, so hier auf dem Wasser rumzuhüpfen. Zack und zack und zack und hepp. Hopp hopp hopp. Gut. Okay, was kommt jetzt noch? Mal überlegen. Ich könnte auch ein Foto vom König schießen und dafür einen Herzzarkassieren, aber das geht nur morgens bis 12 Uhr. Und deswegen war es das hier wohl. Hm, mal überlegen, was mache ich denn jetzt? Ich denke mal, ich teleportiere mich zur Unruhstadt zurück. Das Gultullaus hier mache ich auch erst sehr viel später. Okay, die Würfel sind gefallen. Zack. Oh. Du, 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 du. Auf geht's. Going home. Da es jetzt nachts ist, könnte ich auch noch was anderes machen. Zum Beispiel... ...ein bisschen Schwertraining. Deswegen mache ich das auch jetzt. Säule. Dieses Zentrum bietet fachkundigen 24 Stunden Einzelunterricht. Der hat deine Kampfkünste deutlich verbessert. 24 Stunden statt zu 100 nachts offen. Habe ich mich stark geirrt? Kann das sein? Von heute an gilt, bis zum Ende des Karnevals ein für billigter Tarif für alle Schulungen. Sehr schön. Also wirst du's versuchen. Anfänger, brauche ich nicht, bringt nur nix. 10 Rubine. Beim Profikurs geht es um die praktische Anwendung deines Kör... ... äh, Könnens... ... meines Körpers. Zerschlage 10 Baumstämme unter Verwendung der komplexesten Schwertechniken. Das heißt, ich kann nur eine einzige Technik benutzen. Das ist die Sprungattacke. Ähm... So. Ah, bis ich mal den Knopf gefunden habe. Boah, das reicht noch. Klöcker. So. Zack. Das ist nicht schwer. Überhaupt nicht. Aber dennoch habe ich mir immer ein bisschen schwergetan in der Vergangenheit. Um der Zielefassung ist es kein Kunstwerk, das zu schaffen. Zack. Na? Und noch einer. Das war's doch schon. Ein Herzteil für mich. Beeindruckend. Ich muss dir etwas geben. Hier. Du hast ein Herzteil gefunden. Jippie. Ich halte es Ehren. Werde ich tun. So. Mal gucken, ob der Postbote aufhört. Da kann ich hier auch noch was machen. Sieht gut aus. So, genau. Der probt jetzt sein Können. Der kann ich auch in Herzteil gewinnen. Ist aber nicht sehr leicht. Manche schabbelst, manche nicht. Aber mal gucken. Hoch diese Ohren. Ach, du bist gar nicht echt. Ach, diesen. Ach, diesen gar nicht echt. Okay. Du hast mich ganz schön erschreckt. Ich stelle mich nicht beim Training. Ich versuche exakt 10 Sekunden lang im Geiste zu laufen, ohne dabei auf die Uhr zu schauen. Ich befand mich mitten im mentalen Training. Du magst das lächerlich finden, aber es ist gar nicht so einfach. Ja. Jetzt ist es noch kostenlos. Danach kostet mal 2 Rubinen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Oh, 1, 2. Ich glaube, gleich geht die Zeit weg. Das wäre dann richtig schwer. Oh, Schwein gehabt. Das bleibt einfach da. Komisch. Oh, genau geschafft. Das ist phänomenal, dass ich das gleich geschafft habe. Das ist ungewohnt irgendwie. Perfekt. Da muss ich mich lange hier... Nicht lange hier aufhalten. Sehr schön. Ich drücke wieder so schnell weg. Ich würde eigentlich mehr lesen. Aber ich kenne halt alles schon. So, ähm... Dann hätte ich... Oh, lass mich doch in Ruhe. Hätte ich noch Lust? Noch eine Maske zu holen. Wollen wir erst mal die Zeit ein bisschen beschleunigen. Beziehungsweise die langsame Zeit wieder normalisieren. Und wo war das? Irgendwo hier, ne? Ja, genau. Bis 12 Uhr habe ich noch Zeit. Dum, di, dum, di, dum. Hier war es, oder? Ähm, nö, da. Beim Steinkreis. Gut. Okay, wir sehen uns gleich um 12 wieder. Bis dahin. Okay, wir sehen uns gleich um 12 Uhrzeit. iyet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin traurig wie der Mond, meine Tanz konnte ich nicht schenken der Welt Übersetzung, ich bin sauer, ich bin tot Übersetzung ist die beste Oh, mein Verlangen war es, die Welt durch meinen Tanz zur Einheit zu führen Übersetzung, hätte ich nicht so viel gelabert, sondern Tanzstunde gegeben, müsste ich jetzt nicht so viel labern Er ist Schwachsinn reden Und er wird befreit Er bringt mir einfach dem Tanz bei und ich hab dann eine Maske, juhu, mit der ich tanzen kann Lass meinen Tanz zu schieber das Antlitz der Welt verbreiten Lehre ihn meinen Zukunft den Jüngern Ich werde ihm nur zwei Weibchen beifringen, aber sonst niemanden Übersetzung, ich habe ihn dir beigebracht, also sorge jetzt dafür, dass der Tanz ein Hit wird Yay, aber das hat nichts zu tun So, ist Camaros Maske halt Benutze die Maske, um die Welt an Camaros der Einheit zu haben Genau Ich zähle auf dich Übersetzung, ich zähle auf dich Die beste Übersetzung in der Welt Du bist der Nachfolger des Tänzers geworden Die ist vor dem Notizbuch vermerkt Okay Damit kann ich auch nur ein Herzteil abstauben, deswegen ist diese Maske auch so ziemlich useless Aber dafür ist sie sehr schön, also anschaulich Ich finde die Musik cool, wenn er tanzt Aber wie gesagt, das bringt halt nur ein Herzteil und dann kann man sie eigentlich in die Tonne treten So, ich muss hier lang Und in die Weststadt Hi Hi Ich teh' uns nicht Wir sind wieder zicken, dann wollen wir in Ruhe gelassen werden Ich teh' uns nicht Okay Aber gleich bin ich hier Meister Boah, wie sieht die Maske aus wie so ein, ähm Keine Ahnung Okay So seh' ich jetzt aus Und jetzt mit B Tanzen Yay Jetzt gucken sie mir zu Genialer Tanz Ich meine gelesen zu haben, dass Nintendo sich dafür fachkundige Beratung geholt hat Für so einen realistischen Tanz Deswegen ist das gar nicht so Fantasie-Tänzel Sondern durchaus realistisch Yeah Du Spacko, du Immer klotzen Danke, dass du uns diesen Tanz beigebracht hast Du bist unser Meister Ja Schon wieder neue Herz-Kartena Das geht voran hier Unglaublich Hihi Bist du witzig Das ist eine der wenigen Male, wo er Link Emotionen zeigt Von sich aus So, was mach ich jetzt Ich könnte ein paar Herz-Teile holen Aber nein Mach ich wieder mal Ich zahle jetzt das Geld ein und Hilf mir der Zeit Genau Mach ich Wunderbar Nun Zwei Drei Das ist deine Menge Yay So Das hier noch Dann spielen wir die Himmelzeit Jetzt So Dann würde ich sagen, das war's für diesen Teil hier Wir sehen uns dann im nächsten Video 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 Wir sehen uns dann im nächsten Video